. Herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Im Rank. Mach mal wieder Ranked. Mach mal wieder Ranked. Es wird sich nichts ändern. Nur, dass wir weniger Bullshit reden und genauso scheiße spielen. So wird's halt leider sein. Gespräche sind schlechter. Der Sonarfall hittet mich einfach random. Gameplay wird besser sein. Ich bin gesleept. Ich hab letztens einen gebannt, weil der nur rumgejammert hat. In den Kommentaren? Ja. Mach mal wieder Ranked. Und üb mal an deinen Hansu-Uls. Die sind ja schrecklich im Quickplay. Weißt du, als ob mich das juckt. Im Quickplay benutze ich meine Hansu-Uls ständig, um zu trollen. Es ist ein Spiel. Ja eben. Wo kann man das noch nett sagen? So, hey, deine Hansu ist ja nicht so cool. Willst du da nicht mal gucken? Oder spür mal weniger, Hansu? Nö. Was wir sehen? Oh, wow! Oh, nice! Du, 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 du. Ist halt da oben. Ah, ich seh ihn. Hab ihn. Hab ihn schon. Ah, hier nice. Stimmt, Hansu hat ja gesagt, too easy. Da hinten ist ein Zen. Haben wir eine Saja? Ne, haben wir nicht. Wir haben Reinhardt und mich. Oh, schubst du ihn noch nicht weg. Oh nice, IMP, da muss man aber gleich mal hin, da kann man mal was vom Kuchen abkriegen, oder? Auf den Hanse, auf den Hanse. Ah, jetzt kommt er den. Ah, er hüpft die ganze Zeit weg. Wir handeln die zu weit, zurück zum Punkt. Das geht dann auf den Hanse auf. Ja, der Hanse ist, ja gut. Ja, lass zurück, geht zurück, geht zurück. Back to the point. Back to the point. Back to the point. Hab ich den Voice schon gehört, ja? Ja. Ja, wir haben die ein bisschen hart gechased, glaub ich. Oh Nefi. Wann hast du ult? Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin aber auch grad low. Unsere Healer waren tot. Ja, die Frage ist, ob wir group upen sollen, ne? Wir haben 80%, äh, 90% ist okay. Kriegen wir nochmal hin. Die sind nicht so gut, tatsächlich. Die haben jetzt eine gute Ult-Kombo gemacht. Der Hanse von denen trifft tatsächlich was. Ah, der Sender hat den Ostersehen geultet anscheinend. Die Panic-Ult halt. Die war nicht so cool. Da müssen wir nur ein bisschen zurückbleiben. Ja eben. Vielleicht, glaub ich, nur pass auf den Hanse auf. Soldier down. Einblick haben wir. Ja. Woll grad sagen, Soldier ist auf, auf links. Holt die, schieß ich jetzt da rein. Hanse wollte mich holten. Trottel. Lauter down. Reinhard ist low. Reinhard hatte irgendwas komisches gemacht. Okay, Hanse war ich. Soldier low. Oh, Reinhard, uh, very low. Nein, hab ich. Zen low, mach ihn doch. Wenn du ein bisschen zurück gehst, kann Mora dich heilen. Und so low? Ja, das geht doch. Uh, nice. Neb-Reap. Fragezeichen, 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 R. Maybe Reap. Ach, Reeper not necessary. Da steht ja nicht mal Maybe, da steht M-E-B-Reap, Fragezeichen, R. Ja. War gut der Switch of Reap übrigens. Das hat er gut gemacht. Achso, der hatte Freeper. Ja, aber Sommer war auch nicht verkehrt. Die Ulti zumindest. Ich weiß nicht, wie er vorher... Die Ulti war gut, ja. Ja, eben. Aber die haben halt mit Roadhog und mit Reinhard echt Tanks, die sehr, sehr anfällig sind. Ja, die kannst du, die kannst du gut wegreapern. Auch selbst, wenn sie jetzt auf eine Zaya gehen, weil die den Hanseo haben, dann kannst du die immer noch wegmachen. Problem für Reaper ist dann halt echt der Hanseo. Mal gucken, ob die geswitcht haben. Wir haben jetzt Uriza, ne? Ja, ist okay. Finde ich sogar besser als 300. In letzter Zeit tatsächlich wirklich, ne? Haben die noch Hanseo? Oh shit. Die haben einen Soldier auf jeden Fall. Marva hab ich. Ne, die haben McCree jetzt. Oh, Rortog? Rortog ist sehr low. Ja, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Hab ihn. Oh, nice. Dankeschön. Hab Morva wieder geholt. Haben die ne Mercy? Ne, ne? Ne, die haben nur Morva und Anna. Soldier ist in der Mitte, mach den mal. Ja, die haben einen Hamster. Wen haben die nicht mehr? Rortog? Ne, Reinhard. Reinhard. Okay, das ist ein blöder Switch. Anna low. Smora down. Dragging. Alles kleine. Ja. Oh, nice. Ja, wollte die Anna holen. Helft dir. Oh, Reaper am Seth. Ich geh zurück, ich geh zurück. Reaper low, Reaper low. Nice. Reaper down. Rortog ist auch noch low da drin. Die haben nur noch einen Highlight. Die haben Doofus jetzt? Ja, die haben nur noch einen Highlight. Doofus throat, weil ich die Morva zweimal instant geheadshotet hab. Oh, der Reaper hat verloren gegen Roadhog. Stimmt, die haben einen Anna immer noch. Doofus will mich bumsen. Schafft er auch. Ja, schafft er leider. Du bist jetzt hinter... LOL! Ich hab dich gerecht. Sehr gut. Der hat mich getebackt. Der ist voll mad auf mich. Oh, shit. Sehr gut. Was ist das sehr gut gemacht? Was jetzt, McCree? Was jetzt? Er sagte ins High noon. Ich booste. Rechtsklick. Und dann wollen wir mal gucken, wie der abschießen will. Doomfist links. Ich hab ihn schon. Ich will den T-Wacken. Danke. Hamster sind wir uns? Ja, ja. Hamster ist sehr low. Nice. Ich hab Doofus jetzt erst mal getebackt, wenn ich ihn mit Headshot gegeben hab. Ja, der war aber mad. Ja, der war auch mad. Ich hab ihn jetzt einfach mal zurück getebackt. Er hat angefangen. War ne gute Runde. War das eigentlich ne gute Runde? Das ist mal ranked. Oh Gott, da hab ich so lange gegen ihn gekämpft. Oi, 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 Nefi, ey. Macht er noch ne Ulti? Ne. Okay. War doch okay. War doch gut. Er hat sich das aber noch angeguckt, der Doomfist. Der war noch die ganze Zeit in der Runde. War er noch drin? Er war noch drin. Er hat sich das alles angeguckt. War er eigentlich der Hans? Wahrscheinlich wollte er gucken. Ne, er war die Mara und dann war da der Doomfist. Nice. Ja, Leute, das passiert, wenn ihr sagt, spiel mal wieder ranked. Wir sind zu gut für ranked, deswegen spielen wir's nicht. Deswegen spiel mal Quick Play, weil da kriegen wir wirklich noch was raus. Das ist dann noch die Herausforderung. Wir werden jetzt nie wieder ne Runde ranked hochladen, wo wir verlieren, Mann. Wir erzählen den Leuten nicht, dass wir vorher drei Runden schon verloren haben. Haben wir echt nicht. Ne, stimmt. Nice. Nice, nice, nice. Gut, Leute, wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns. Bis dahin. Schöne. Tschö. Tschö. Bot rein. Musik Troll Das ist ein Fernsehen. Troll Schönen